Mal wieder ein Hallo nach längerer Zeit. Ich möchte heute einfach mal ein ganz kurzes Video veröffentlichen. Einfach darum, da ich ja vor einiger Zeit oder besser gesagt im letzten Jahr noch die 5 Werte, die ich jedes Jahr veröffentliche, online gestellt habe, die Darlings. Und jetzt wird es nämlich dann wieder Zeit, diese Werte zu verkaufen. Also wer drin investiert ist, der kann sich schon mal auf den Verkauf vorbereiten. Und ich möchte euch das Ganze einfach mal kurz ein bisschen zeigen. Aber zunächst wie immer der Disclaimer, das heißt alles was ich hier vorstelle, das ist nur zur Information und ich will keine Anlageberatung oder sonstiges machen. Und jeder muss selber wissen, was er letztendlich an Risiko eingehen will und was er eben machen will an der Börse. Deswegen heute wie gesagt bloß ein ganz kurzes Video. Ich möchte nochmal kurz die Darlings vorstellen und dann noch eine andere Methode, die ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Das geht um die Stärke von Aktien und dass man mit der auch ziemlich gutes Geld verdienen kann. Und dann kommen wir einfach gleich mal zu die Darlings. Warum möchte ich die Darlings jetzt verkaufen? Ganz einfach, das ist einfach der durchschnittliche Verlauf vom DAX in den letzten Jahren. Und man kann erkennen eben, dass besonders gute Jahre sind oder besonders gute Monate muss ich sagen, sind im Oktober, November, Dezember. Januar geht so, Februar geht auch so und ab März wird es wieder besser bis in April hinein. Und ab Mai und Juni kommen eben wieder die schlechteren Monate im Aktienmarkt. August und September erst recht. Nur einen Ausreißer haben wir noch dabei, das wäre der Juli. Der ist ein bisschen besser wieder im DAX und somit in die Aktien. Aber die klare Regel ist ja, das habe ich ja erklärt, wer die Regel der Darlings Stur anwenden möchte, der kauft Ende Oktober, Anfang November die 5 Darlings Werte und hält sie dann eben bis Ende April, Anfang Mai. Und da wir eben zeitlich jetzt gleich wieder an dem Punkt angekommen sind, wo es eben um den Verkauf geht, wenn man es den Stur verwenden möchte, die Methode, möchte ich einfach ein ganz kleines Video dazu veröffentlichen. Ich habe ja damals im letzten Video bei den Darlings ja davor gewarnt, dass wir am Aktienmarkt und vor allem eben bei den DAX eine größere Korrektur sehen könnten. So ist es ja letztendlich ja gekommen. Also wer damals auf mich gehört hat, der ist entweder gar nicht in die Darlings investiert oder unter Umständen im Dezember hat es mal ganz kurzfristig so ausgesehen, als könnte der Markt doch wieder nach oben drehen. Spätestens, also frühestens ab Dezember hätte man vielleicht einsteigen können. Ich habe für die Auswertung hier, die ich jetzt gleich vorstellen möchte, am schlechtmöglichsten Zeitpunkt eigentlich für die Darlings gewählt und selbst da konnten die Darlings nur immer überzeugen. Aber nochmals, eigentlich sollte man gar noch nicht in den Markt investiert sein. Also dieses Jahr sind im Prinzip die Darlings ausgefallen. Wer dennoch in die Darlings investiert hat, der wird ja gleich sehen, was ich ausgewertet habe. Braucht sich trotzdem nicht ärgern, genau. Und deswegen gehen wir einfach mal gleich zu den Darlings. Also das sind die Darlings, die eben dieses Jahr aktiv waren und ich habe schon Rechtschreibfehler entdeckt. Wir haben die natürlich nicht vom 01.01.2017 investiert bis zum 09.04.2018, also am heutigen Tag, sondern natürlich vom 01.01.2017 bis zum 09.04.2018. Und als Vergleich habe ich einfach einmal einen DAX genommen. Der hat in demselben Zeitraum, also vom Anfang November bis heute, knapp 9% Minus erwirtschaftet. Hätte man in die 5 Darlings investiert, die ich im Oktober, glaube ich, habe ich dir letztes Jahr vorgestellt, wäre immerhin plus minus 0 rausgekommen. Also minus 0,08% wären es, so ungefähr. Kommt natürlich darauf an, wie man investiert hat. Und das ist aber, wie gesagt, eine sture Anwendung der Regel. Das heißt, ich hätte am 01.11.2017 investiert. Aber ich habe damals, wie gesagt, vor einer Korrektur gewarnt am Standardmarkt und eigentlich sollte man, wie gesagt, gar nicht investiert sein oder vielleicht im Extremfall erst ab Dezember. Würde man das verwenden, den Punkt im Dezember als Referenzpunkt für den Einstieg, dann wird das Ganze noch anders ausschauen. Dann wäre der DAX, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter im Minus oder plus minus das, was er jetzt aktuell hat, was ich da aufzeige. Aber die Darlings wären deutlicher weiter im Plus. Also man hätte einen kleinen Gewinn gemacht, ich glaube so um die 5%. Ich habe aber damals im letzten Video vom letzten Jahr noch eine andere Methode vorgestellt, wie man den Aktienmarkt ebenfalls schlagen kann. Das bedeutet, wir investieren einfach in starke Aktien. Ich habe auch da wieder 5 Stück vorgestellt. Das waren damals Eikstron, Siltronic, Lufthansa, Wirecard und S&T. Ja, auch hier ein wunderbarer Vergleich. Der DAX hat minus 9%. Also die Einstiegszeitpunkte waren die allergleichen. Das heißt, wieder am 01.11.2017. Und heutiges Datum ist der 09.04.2018. Nur zur Verständnis. Und DAX hat eben, wie schon gerade gezeigt, die knapp 9% Minus erwirtschaftet in dem Zeitraum. Und die anderen 5 Werte, die sind im Schnitt 8,23% im Plus. Ja, also eine deutliche Outperformance gegenüber DAX hätte man damit erzielt. Und das Besondere daran ist, also wer die Aktienkurse von den 5 Werten anschaut, der wird bemerken, dass die Aktien sogar noch höher schon gestanden sind. Ich glaube im letzten Monat oder im vorletzten Monat, im Januar, Februar, März, irgendwann hat es da auf jeden Fall noch deutlich höhere Kurse bei fast allen von den 5 Werten, glaube ich, gegeben. Das bedeutet, eigentlich hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Performance haben können, wie die 8,23%. Was ich nur damit aufzeigen will, also mit ganz einfachen Methoden kann man ganz, ganz, ganz einfachen Markt schlagen. Und das ist ja das Einzige, was ich eigentlich mit den Videos hier zeigen will. Und jeder hätte das gekonnt. Also das ist kein Hexenwerk. Und der Aufwand, um sowas rauszubekommen, kostet vielleicht mit der heutigen modernen Technik, mit den guten Filterseiten und einigermaßen störe im PC, ich sage jetzt mal 15 Minuten ungefähr, ist der Aufwand. Dann habe ich im Prinzip 5 Werte, die ich ein halbes Jahr halten kann. Und ich schlage halt damit einen Markt und das geht es ja und das eben mit sehr, sehr wenig Aufwand. Und jeder kann das ihm selber machen. Also ihr wisst ja, ich verkaufe ja nichts über den Kanal. Das heißt, ich möchte echt bloß aufklären damit. Und man sieht, so einfach schlägt man den Markt. Genau, im Prinzip war es das eigentlich schon wieder. Ich werde die nächsten Tage irgendwann mal nochmals Videos veröffentlichen oder zumindest Artikel auf Blog oder Twitter. Denn es gibt gerade wieder aktuell sehr interessante Marktbegebenheiten. Unter anderem Silber, ja. Ich glaube auch der Standardmarkt könnte jetzt wieder nach oben gehen. Schauen wir mal, ob es sogar ein neues hoch gibt. Könnte ich mir sogar vorstellen. Und eben die Edelmetalle und die Minen schauen sehr interessant aus. Vor allem langfristig, ja. Also wer jetzt denkt, langfristig möchte er investieren in den Edelmetallbereich, der hat jetzt glaube ich richtig gute Chancen. Und ich möchte es aber später noch ein bisschen näher aufzeigen. Es gibt aber noch andere interessante Märkte und Begebenheiten, in die man gerade investieren kann. Wie gesagt, nochmal kurz zu den Darlings. Im Prinzip verkauft man die jetzt stur am Ende des Monats oder Anfang Mai. Natürlich macht es Sinn, wer ein bisschen Ahnung von Börse hat, dass er natürlich einen möglichst guten Zeitpunkt für einen Ausstieg erwischt. Aktuell hätte man den Markt auf jeden Fall damit geschlagen. Und jetzt geht es eigentlich bloß nur darum, die Werte auch wieder zu verkaufen. Und erst im Oktober gibt es eben wieder neue Fünfwerte und die halten wir dann genauso wieder bis April oder Mai. Und ja, in diesem Sinne weiterhin viel Erfolg an der Börse und bis zum nächsten Video oder Blog-Eintrag oder was auch immer. Schönen Tag euch noch, gell?